Herzlich Willkommen beim IFAM-Podcast, der Talk rund um internationale Business- und Technologiethemen. Ja, einen schönen guten Tag. Wir befinden uns heute bei der zweiten Folge des IFAM-Podcasts, des Podcasts des IFAM-Fachverband für Mikrotechnik und wir wollen heute über ein weiteres Thema sprechen, was Unternehmen betrifft, speziell kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Start-ups, jedes Unternehmen, was wachsen möchte. Ich freue mich als Gast heute im Podcast einerseits den Herrn Dr. Dietrich, den Geschäftsführer von IFAM, dabei zu haben und aber auch als Experten heute den Frank Ibold von Metaplan, Experten für Unternehmensentwicklungsfragen. Vielleicht stellen Sie sich noch einmal kurz selber vor und was Metaplan so macht und bieten kann. Ja, vielen Dank Frau Okro-Hellweg. Metaplan ist vielen ein Begriff für bunte Kärtchen, Moderationsmaterial. Was viele nicht wissen ist, dass wir sozusagen seit Anbeginn schon eine Firma sind, die sich vor allem mit Organisationsfragen beschäftigt, mit Organisationsberatung beschäftigt. Letzten Freitag hatten wir unser 50-jähriges Firmenjubiläum, also in dem Feld sind wir schon eine ganze Weile unterwegs und sind dabei auch immer noch sehr diskursiv unterwegs, sozusagen in der Grundannahme, wenn auch heute im digitalen Zeitalter Menschen sich darüber abstimmen, wie sie zusammenarbeiten sollen, wie sie sich organisieren und aufstellen sollen, dann geht das immer im Gespräch und durch das Gespräch. Und so bedienen wir uns immer noch der Metaplan-Technik, für die wir bekannt sind. Die bunten Karten kennt ja jeder, aber dahinter steckt noch viel mehr. Ja, und das kann ich nur bestätigen. Schon seitdem ich arbeite, auch wissenschaftlich arbeite, kommt immer wieder das Metaplan-System und die bunten Karten und die Wände spielen immer eine Rolle. Deswegen war ich auch überrascht, als wir sie kennengelernt haben, was Metaplan alles zusätzlich noch macht. Das ist durchaus sehr spannend, gerade für unsere Firmen. Heute wollen wir dann über ein Thema sprechen, was, wir haben es Wachstumsschmerzen genannt. Als wir über Themen nachgedacht haben, die eben den Firmen, die IFAM vertritt, also kleineren und mittleren Unternehmen, helfen kann, ihre Unternehmen weiterzuentwickeln, ihre Organisation zu professionalisieren und eben bestimmte Problemphasen, zum Beispiel beim Wachstum, zu überwinden. Jetzt hat die Mikro- und Nanobranche bestimmte Spezifikationen. Thomas, magst du uns da ganz kurz einen kleinen Einblick geben, was da die besonderen Herausforderungen sind? Ja, gerne. Also gerade die Mikro-Nano-Szene und deswegen gibt es auch IFAM, besteht eigentlich aus oder fängt immer an mit Startups, die sich aus Universitäten entwickeln, aus Forschungseinrichtungen oder auch angefangen haben in Firmen, in größeren Firmen und sich dort mit neuen Ideen ausgegründet haben. Das sind meistens Wissenschaftler, Techniker, die eine tolle Idee hatten, die sie jetzt umsetzen möchten. Und damit suchen die jetzt im Moment dann einen Platz, einen Markt, versuchen ihre Produkte weiterzuentwickeln. Das sind dann oft kleine Teams, die sich zusammenfinden, die dann die Produkte weiterentwickeln, an den Markt bringen, oft auch dann relativ schnell den ersten Erfolg haben, aber dann aber oft merken, relativ schnell merken, dass es eben nicht nur reicht, Wissenschaftler zu sein oder Techniker oder Naturwissenschaftler zu sein, um dann erfolgreich zu sein. Wenn wir ein kleines Unternehmen haben, was als Ausgründung zum Beispiel aus einem universitären Bereich sehr erfolgreich mit einem Produkt, mit einem Projekt, mit einer Technologie an den Markt geht. Ich zitiere jetzt einfach mal den Herrn Ibold, der hatte von paradiesischen Zuständen gesprochen, als wir hier in Vorbereitung des Podcasts die Thematik einmal durchgegangen sind. Könnten Sie uns das mit diesen paradiesischen Zuständen einmal erläutern, was damit genau gemeint ist? Ja, das ist natürlich eine Metapher, es ist ein Bild und es beschreibt sozusagen das, was wir häufig in Projekten beobachten, dass es eben insbesondere in kleinen Unternehmen sozusagen eine vororganisationale Phase gibt, sozusagen vor dem organisationalen Sündenfall. Da kennen sich noch alle mit allem mehr oder weniger gut aus. Man weiß, was die Kollegen machen. Es gibt sozusagen viele Dinge, die man auf Zuruf klärt. Man versteht sich auch nach der Arbeit in der Freizeit besonders gut. Also Persönliches und Professionelles gehen da eng zusammen. Und irgendwann, wenn man weiter wächst, merkt man, dass es zu Spannungen kommt. Also, dass es zu nicht nützlichen Spannungen kommt. Zu Spannungen kommt es in Organisationen eigentlich immer. Aber man merkt, dass man sozusagen in der bisherigen Aufstellung, Dinge auf Zuruf zu machen, eben sozusagen in diesem paradiesischen Zustand nicht mehr weiterkommt. Man merkt, man muss Strukturen schaffen, man muss Prozesse entwickeln. Man muss sogar Hierarchien einziehen. Man muss Zuständigkeiten festlegen. Und man merkt, dass man sozusagen ganz viele Dinge formalisieren muss. Und der Abschied von diesen paradiesischen Zuständen fällt vielen nicht immer leicht, weil da gehen dann eben auch sozusagen plötzlich tun sich Machtverhältnisse auf. Plötzlich ist der eine der Chef vom anderen. Also, das sind alles sehr komplexe Vorgänge. Ich kann das nur sehr bestätigen, diese paradiesischen Zustände und wie das in der Gründung war. Also, ich hatte direkt nach dem Studium in einem Forschungsinstitut gearbeitet und dann hatten wir ein Projekt. Da ging es um einen Tintenstrahldrucker, der hergestellt werden musste. Und da hatten wir einen Kollegen bei Schott, mit dem ich mich gut verstand. Und ich war im Institut für Mikrotechnik. Dort noch einen Kollegen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Wir haben dann uns auch privat getroffen, hatten dann ein Bier zusammen getrunken. Und da kam die Idee, das, was wir da gerade machen, damit kann man doch Geld verdienen. Also, lass uns doch mal gucken, ob wir da eine Firma draus gründen. Und so ist das Ganze entstanden. Und dieser persönliche Kontakt ist tatsächlich auch in die Firma dann mit reingenommen worden. Und da kannten wir uns drei. Und dann haben wir die erste Laborantin eingestellt, die dann mitarbeiten musste. Dann müssten wir uns neue Räume suchen. Aber es war alles noch in dieser kleinen Gruppe. Und das hat eigentlich ganz gut am Anfang geklappt, bis wir dann gemerkt haben, dass da doch noch andere Fragen eine Rolle spielen. Das ist sozusagen, was Sie beschreiben, diese Wachstumsschmerzen, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien eines Unternehmens einstellen, sind sozusagen ja nicht den Akteuren geschuldet, sondern eigentlich eher den, ja, es gibt so gewisse Naturgesetzmäßigkeiten. Also, wenn Sie, ab 30 Leuten wird die Kommunikationsdichte so komplex, dass man das nicht mehr bewältigen kann und dass man halt sich irgendwie spezialisieren muss. Ab einer bestimmten Tiefe der Arbeitsteilung kann die Führungskraft nicht mehr wissen, was da unten eigentlich so genau gemacht wird. Das heißt, Sie brauchen sozusagen eine horizontale und vertikale Professionalisierung. Das sind alles Dinge, die sozusagen von der Komplexität der Aufgabe herkommen und nicht so sehr, und das wird häufig missverstanden, weil insbesondere in der Anfangsphase, das haben Sie ja auch geschildert, wenn sozusagen viel Persönliches im Spiel ist, werden die Dinge häufig psychologisiert. Und man sollte sie nicht psychologisieren, sondern man sollte sie eher verstehen als, dass das passiert eben ab einem gewissen Komplexitätsgrad der Organisation, ab einem gewissen Komplexitätsgrad der Aufgaben, die es da zu bewältigen gilt. Wann ist dann das soweit? Gibt es da eine Zahl, wie viele Mitarbeiter, ab welcher Anzahl von Mitarbeitern ist das ein Problem? Oder ist das mehr so eine Frage nach Funktionen? Ich hatte das gerade mit meiner damaligen Firma gesagt, dass wir plötzlich Aufgaben hatten, für die wir nicht mehr ausgebildet waren, wo wir einfach zusätzliche Leute brauchten, die ich dann auch nicht mehr als Geschäftsführer wirklich anleiten konnte, weil die mehr Know-how hatten natürlich als ich selber. Und da kamen dann ganz andere Fragen hin. Ist das also mehr so ein strukturelles Problem, ein inhaltliches Problem? Oder gibt es eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern, ab denen das dann problematisch ist? Ja, Sie haben ja halt immer sozusagen ein sehr grober Indikator, haben Sie die Führungsspanne, die ja nicht umsonst überall so zwischen sieben und 15 Personen liegt, je nach Komplexität der Aufgabe. Und da können Sie halt sehen, wie stark muss sich das untergliedern in Zuständigkeitsbereiche und Aufgabenfelder. Und wir haben mal irgendwann Augenzwinkern gesagt, ab genau 34 Personen beginnen sich diese Organisationsprobleme zu zeigen. Was natürlich nicht stimmt, weil es können auch 30 sein. Aber es gibt so diese gewisse Anfangsgröße um die 30 Personen, wo sich eigentlich die Frage der Organisation dann wirklich vehement stellt. Und das kann man spüren an bestimmten Konflikten, die immer wieder auftauchen. Und wie gesagt, Konflikte, die eben nicht nützlich sind für die Organisation. Eigentlich besteht Organisieren immer darin, nützliche Konflikte zu schaffen. Also dass sozusagen mit unterschiedlichen Brillen auf dieselbe Sache geschaut wird, dass der Vertrieb andere Interessen hat als die Fertigung. Das soll so sein. Aber wenn die anfangen, sich sozusagen gegenseitig zu behindern und es zu sozusagen eben nicht produktiven Konflikten kommt, dann muss man aufmerksam werden. Dann steckt da wahrscheinlich ein Organisationsproblem hinter. Das heißt, ein Punkt, den wir auf jeden Fall schon mal zusammenfassend feststellen können, ist der, dass bestimmte Probleme, die beim Wachstum auftreten, die ganz oft auch einfach dann darin enden, dass Leute das als persönliches Versagen oder persönliche Problematik oder auch als Differenzen, die auf der persönlichen Ebene entstanden sind, missinterpretieren, damit gar nichts zu tun haben, sondern sie waren eigentlich, wenn ich sie richtig verstehe, vorbestimmt. Weil es ab einem gewissen Punkt einfach an der Stelle anfängt zu knirschen und gewisse Reibungsverluste oder eben Wachstumsschmerzen entstehen, sodass man jetzt einem Gründer an die Hand geben könnte, darauf vorbereitet zu sein. Dass das irgendwann eintreten wird, nach, wenn jetzt gerade noch diese paradiesischen Zustände herrschen, dass alle gut befreundet sind und es läuft quasi wie von selbst. Die Kunden kommen und finden das Unternehmen von alleine, dass aber diese Phase gut vorbereitet sein. Genau. Und es gilt eigentlich vor allem darum, erstmal zu versuchen, gewisse Problemstellungen zu entpersonalisieren. Die macht man natürlich immer an jemanden fest, mit dem man zu tun hat im Unternehmen. Aber eigentlich zu fragen, was steckt eigentlich dahinter? Und es gibt eben sozusagen in unterschiedlichen Wachstumsphasen ein paar Klassiker. Es gibt halt bei eher kleineren Unternehmen gibt es erstmal die Notwendigkeit, überhaupt Strukturen zu schaffen und Prozesse und sozusagen Dinge zu formalisieren und aufzuschreiben. Wenn dann das Wachstum weitergeht, dann hat man häufig das Problem, dass Hierarchien aufgebaut werden müssen, dass, wie Sie das schilderten, Dietrich, sich das Management professionalisieren muss, aber auch die einzelnen Funktionen im Unternehmen sich stärker professionalisieren müssen, dass man Strategien entwickeln muss. Und wenn es dann weiter nach oben geht, dann haben Sie häufig solche Fragen in größeren Unternehmen, dass plötzlich ganz neue Geschäftsfelder sich auftun und man nicht weiß, wie man die packen soll oder dass man in andere Länder und Märkte expandieren will. Und darüber sich dann diese Wachstumsschmerzen deutlich machen. In Großunternehmen ist das dann ganz was, sozusagen das ist dann schon eine andere Klasse. Da geht es dann meistens darum, dass Dinge zu stark formalisiert sind, überregelt, man um Agilität ringt, die kleinen Unternehmen beneidet um ihre Agilität, aber dann aus der Perspektive gar nicht mehr sieht, dass die eben auch ihr Päckchen zu tragen haben oder eben auch ihre spezifischen Probleme haben. Ja, also ich kann das auch nur bestätigen aus der Erfahrung mit meiner damaligen Firma, aber auch mit anderen. Wir hatten, mein Problem war damals tatsächlich, ich habe das in der Zeit dann plötzlich als eigenes Versagen aufgefasst. Ich hatte zum Beispiel, wir waren dann etwa 25 Leute und mussten eine Glaspolierung, Poliererei aufmachen. Es wurde Glas geschliffen und poliert, was für mich als Chemiker eine völlig fremde Struktur war. Dort gab es dann ein paar Leute, die wurden dann von einem Abteilungsleiter geleitet und dann gab es aber Konflikte mit anderen Abteilungen. Da war dann plötzlich nicht mehr so richtig, weil die auch nicht mehr persönlich sich bekannten, gab es dann nicht mehr diesen Austausch, den wir sonst beim Bierabends hatten. Und da habe ich dann den Fehler gemacht und habe gedacht, oh, das liegt wohl daran, dass ich nicht mehr alle Leute persönlich kenne und persönlich anleite und habe versucht, dort reinzugehen und habe versucht, dort in diese Abteilung reinzudirigieren und die Aufgaben zu organisieren. Und das war völlig falsch. Das ist sozusagen vom Ansinnen her sehr redlich, aber von der Umsetzung her nicht klug, würde ich sagen, weil sie halt bestimmte Dinge, sozusagen strukturelle Setzungen wie Hierarchien und Zuständigkeiten damit unterlaufen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich keine Entscheidungen mehr getroffen wurden. Alle haben nur noch gewartet, dass ich was sage. Und das wurde diese Agilität, von der Sie gerade gesprochen haben, die kleine Firmen eigentlich ausmacht, waren damit ausgehebelt, weil der Chef plötzlich alle Entscheidungen selber treffen wollte. Und das sehe ich bei vielen Firmen. Ja, und was Sie da schildern, ist auch sozusagen ein nachvollziehbares Phänomen. Wenn Firmen wachsen, dann merkt man, also dann hat man entweder die Möglichkeiten, Strukturen zu schaffen oder man muss mehr führen. Und häufig ist der Reflex bei, insbesondere bei Gründern, weil da gibt es eine starke Identifikation mit dem Unternehmen, dass sie sagen, ich muss mehr führen. Und dann wundert man sich, dass immer alle Augen auf einen gerichtet sind. Und bei jeder ernsthaften Frage wird man angeschaut und muss Impulse setzen. Und das kann natürlich sehr nützlich sein, aber ab einer bestimmten Firmengröße und Komplexität ist das gar nicht mehr zu leisten. Also vielleicht gibt es sozusagen besonders talentierte Führungspersönlichkeiten, die das können, aber im Großen und Ganzen sind auch Führungskräfte nur Menschen. Und da geht es dann darum, dass man eben versucht, sich von Führung zu entlasten, indem man Strukturen schafft, indem man sozusagen Vorentscheidungen trifft, dass man sagt, also du, ich mische mich da nicht mehr ein, du bist jetzt für die Glasschleiferei zuständig und du machst das bitte möglichst gut und du berichtest mir einmal die Woche. Aber sonst haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun. Kann man sowas lernen? Ich meine, so als Chef, der immer alles im Griff gehabt hat, zwei, drei Jahre, das ganz gut gelaufen ist und plötzlich funktioniert es nicht mehr, weil man zu groß geworden ist. Wie kommt man dahin, dass man auch delegieren kann? Delegieren ist ein total schweres Thema, wenn man eigentlich dafür ist, eigentlich alles besser weiß und dann aber das trotzdem abgeben soll. Also vielleicht ist das auch eine, sage ich mal, eine Betrachtungsweise, die hilft, dass man eben nicht sagt, ich delegiere an eine Person, also dass man sozusagen sehr personenzentriert agiert, sondern dass man sagt, ich muss eigentlich Strukturen schaffen. Ich muss sozusagen Regeln erlassen. Ich muss Zuständigkeiten definieren. Ich muss dafür sorgen, dass bestimmte Professionalitäten, bestimmte Kompetenzen in bestimmten Funktionen da sind und dann muss ich die aber auch agieren lassen. Also von Führung loslassen, glaube ich, fällt leichter, so kann man es lernen. Man kann es eigentlich nur gelingen, wenn man sich überlegt, welche Strukturen brauche ich denn, um mich von Führung zu entlasten und nicht so sehr, wem werfe ich die Aufgabe ihm dann zaun? Das heißt, im schlimmsten Fall ist halt der Gründer steht seinem Unternehmen selbst im Weg, weil er eben die Führung oder seinen eigenen Anspruch an Führung missversteht und sich selbst zum Engpass macht oder zum Bottleneck. Wenn er in jedem Prozess eingebunden sein will und bei jeder relevanten Entscheidung das letzte Wort haben will, besteht die Problematik, dass das ab einer gewissen Anzahl von zutreffenden Entscheidungen am Tag einfach nicht mehr leistbar ist. Also Sie werden ja auch häufig als Führungskraft von unten unter Druck setzt. Sie möchten ja gar nicht alles entscheiden und mitbestimmen, aber dann klopft jemand an der Tür und sagt, wie soll ich das denn machen? Und da müssen Sie eben sozusagen sich nicht von Ihrer Persönlichkeit her ändern, sondern sich eher überlegen, welche Strukturen muss ich schaffen, sozusagen welche Voraussetzungen, welche Vorentscheidungen muss ich treffen, die jetzt in der Zukunft immer auf diese Art und Weise getroffen werden sollen, um mich von diesem Führungsdruck zu entlasten. Und das ist eher eine, sag ich mal, eine Kenntnis von Konzepten, von Tools, die es da gibt. Das heißt, es gibt quasi Stellschrauben, an denen man arbeiten kann, um einen Prozess voranzutreiben und um diese Probleme auch schon zu lösen, bevor sie entstehen, indem man sensibilisiert ist für bestimmte Punkte oder eben, wenn man merkt, an bestimmten Bereichen kommt man in Schwierigkeiten, es wird an manchen Stellen eng, es fängt an zu knirschen in der Kommunikation zwischen Abteilungen, dann kann man Stellschrauben verändern oder ich glaube, bei Ihnen hieß es das Mischpult des Unternehmens justieren. Was sind so typische Beispiele, an denen man dann ansetzt? Es gibt nicht immer eine Stellschraube für ein Problem. Also es ist häufig, wie Sie sagten, eine Mischung unterschiedlicher Rädchen, an denen man drehen muss. Also zum Beispiel kann man sich überlegen oder man sollte sich dann als Führungskraft die Strukturen schaffen, überlegen, stimmt denn das hier mit der Arbeitsteilung? Sind die Führungsspannen richtig? Sind die Zuständigkeiten richtig definiert? Habe ich hier die richtigen Prozesse am Laufen? Habe ich in der nötigen Detailtiefe beschrieben, was getan werden muss? Gibt es genug Orientierung für die Leute? Haben wir sowas wie eine Strategie? Wissen die, wo es hingehen soll? Im Großen, aber auch sozusagen bei ihrer täglichen Arbeit und weitere Stellschraube sind häufig Kompetenzen. Brauche ich hier vielleicht jemanden mit einer anderen Ausbildung, mit einem anderen Hintergrund oder muss ich dafür sorgen, dass jemand sich noch zusätzliche Kenntnisse verschafft und ausbilden lässt? Also die Stellschrauben sind eigentlich immer sozusagen in drei Feldern zu finden. Die Organisationswissenschaftler nennen das das Personal, also die, wer macht was? Die Programme, welche Regeln herrschen hier? Was muss sozusagen befolgt werden? Und die dritte Stellschraube ist immer die Arbeitsteilung. Zuständigkeiten, Hierarchien, sozusagen Kästchen und Linien im Organigramm. Also das ist auch der wichtige Punkt und das ist auch der Punkt, wo Metaplan helfen kann. Bei dem Aufbau oder dem, erstmal Awareness schaffen, da ist ein Problem und dann aber dem Aufbau einer Organisation, mindestens eines Organigramms, in dem das dann geklärt ist, wer macht was und wer ist wofür zuständig? Wo sind die Entscheidungsspielräume? Wer kann in welcher Richtung was machen? Natürlich immer mit der Vorgabe, dass es eine generelle Linie der Firma gibt, an die sich dann alle halten und an die sich alle Mitglieder, dass der Firma alle Mitarbeiter entlanghangeln können. Ja und wo Sie sagen Awareness, also Awareness, aber sozusagen Organisieren ist auch immer ein Testen von Konzepten oder ein Entwickeln neuer Konzepte, von dem man dann sagt, also weil das so ist, müssen wir uns jetzt so ausstellen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten ein Projekt in einer Firma, die machte optische Präzisionsinstrumente und klassisches ursprüngliches Start-up, groß gewachsen und die haben am Anfang immer Einzelstücke gefertigt, Prototypen für bestimmte Kunden, das war sozusagen ganz entscheidend für das Fortkommen der Firma. Irgendwann hatten sich dann für diese Prototypen eine breitere Nachfrage entwickelt und es wurde eine Serienfertigung aufgebaut, also einige dieser Instrumente konnte man dann sozusagen auch aus dem Katalog kaufen, aber trotzdem gab es immer noch diese Kundenanfragen für bestimmte Instrumente, die dann sozusagen in Einzelfertigung gemacht werden mussten. Und es hatte sich dann der Konflikt ergeben aus der Anfangszeit heraus, niemals hatte man den überprüft oder angepackt oder sich Gedanken dazu gemacht, dass die Entwicklung, die diese Prototypen fertigte, immer diese Prototypen in die Serienfertigung hineindrücken konnte. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, dass die Serienfertigung, die ja vor allem auf Stückzahlen und Auslastung und auf das der Betrieb muss sozusagen in einer Regelhaftigkeit laufen, davon überhaupt nicht begeistert war, zumal inzwischen Kunden Prototypen in Stückzahlen von 10 bis 20 Stück geordert hatten. Und wenn Sie jetzt auf einmal 20 Prototypen, sozusagen 20 Stück Prototypen in die Serienfertigung hineindrücken, dann herrscht dort Chaos. Sie können sich vorstellen, mit welcher Vehemenz die Auseinandersetzungen zwischen dem Leiter der Fertigung und dem Leiter der Entwicklung in diesem Unternehmen geführt wurden. Und da war es dann wichtig, erst einmal das Konzept zu entwickeln oder sozusagen in den Köpfen klar zu werden. Mensch Leute, wir haben ja gar nicht mehr Prototypen und Serie, sondern wir haben eigentlich ja auch eine Manufakturfertigung, also eine Kleinserienfertigung. Und da war dann die Lösung, nachdem man dann dieses Spannungsfeld entdeckt hatte, dass man eigentlich nochmal eine extra Kleinserienfertigung aufbauen musste, die sozusagen die Anforderungen für diese Kleinserien abgearbeitet hat und dadurch die große Serienfertigung vor diesen Störungen zu befreien. Also manchmal ist das eben erst einmal ein Analysieren der Probleme und wenn man das getan hat, kommt man dann ziemlich schnell zu den Lösungen und zu den Stellschrauben, die man dann auch bearbeiten muss. Ist das auch dann das übliche Vorgehen, wenn Sie von einer Firma beauftragt werden, da zu unterstützen, dass Sie erst einmal die Probleme analysieren, die ganz objektiv da sind und dann versuchen, an der Organisation zu arbeiten? Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der Geschäftsführungsebene, dass die das eher als Bedrohung sehen, dass sie machen etwas schon jahrelang so und das hat immer funktioniert und plötzlich kommt irgendjemand und sagt, das ist aber falsch, was du machst, du musst das anders machen. Machen das alle Geschäftsführer mit oder wie kommt man da ran? Jemand, der mit uns arbeitet, hat natürlich eine gewisse Grundbereitschaft, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber trotzdem, ja, würden wir davon abraten, dass man sozusagen als Außenstehender sofort den Experten heraushängen lässt. Wir würden ja erst einmal versuchen, in die Organisation hineinzuhorchen, Gespräche zu führen. Und insofern ist das, wenn Sie so wollen, auch gar keine objektive Analyse. Es ist eine subjektive Analyse. Man fragt die Leute, die dort vor Ort arbeiten. Und im Hinblick auf Organisationsprobleme sind sozusagen diese subjektiven Haltungen, Einstellungen, Sichtweisen eigentlich genauso wichtig wie das Objektivierbare. Wir schauen uns dann natürlich auch Führungsspannen an und setzen uns mit technischen Fragen auseinander und betriebswirtschaftlichen Fragen. Aber das muss sozusagen immer gestützt werden durch Gespräche in der Organisation. Und unsere Erfahrung ist, dass sich Führungskräfte, die sich darauf einlassen, dadurch häufig Dinge erfahren, von denen sie bisher gar nichts wussten. Weil natürlich schirmt man auch nach oben den eigenen Bereich ab. Und manche Probleme kommen gar nicht hoch, beziehungsweise kommen dann in einer so veränderten Form hoch, dass man sich sagt, okay, also das habe ich bisher noch gar nicht gewusst. Wenn ich das aber mal so betrachte, dann kann ich mir vorstellen, dass man das machen kann. Und uns geht es halt immer darum, die Akteure zu befähigen, in ihren Organisationen zu handeln. Ja, also ich denke, das ist genau richtig, was Sie sagen. Wenn jemand schon mal die Entscheidung getroffen hat, sich mit Metaplan zusammenzusetzen und an der Organisation zu arbeiten, dann hat er schon einen großen Schritt gemacht. Wie kommen, gibt es denn irgendwelche Kriterien, an denen ein Firmenchef, ein Chef von einer Firma, die gerade 30 Mitarbeiter geworden ist und immer noch am Wachsen ist und merkt, der hat so ein Bauchgefühl, irgendwas läuft da gerade unrund. Und gibt es da irgendwelche Zeichen, an denen so jemand sehen kann, oh, ist vielleicht doch jetzt langsam Zeit, da mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen? Wenn also alles so rund läuft, dass man stutzig werden muss, also dann würde ich stutzig werden. Wenn es zu gut läuft, dann ist es eigentlich an der Zeit, da mal einen Blick auf die Organisation zu werfen. Das war jetzt die flapsige Antwort. Also Vorsicht vor zu viel Perfektionismus und Harmonie und sozusagen Schauseitenmanagement. Andererseits haben Sie aber auch immer wiederkehrende Konflikte, die Sie hellhörig werden lassen können. Also wenn es an bestimmten Stellen der Organisation immer wieder knirscht, wenn es immer wieder Auseinandersetzungen gibt, wenn Entscheidungen nicht getroffen werden, die eigentlich getroffen werden sollten, wenn Dinge zerredet werden, weil die Zuständigkeiten nicht klar geregelt sind, dann sollte man hellhörig werden. Aber wie gesagt, genauso sollte man hellhörig werden, wenn scheinbar alles so gut läuft, dass man sich zurücklegen kann. Ist es irgendwann zu spät, noch was zu unternehmen? Gibt es Drohszenarien, die Unternehmen drohen, die sich solchen Fragen gegenüber die Augen zuhalten, sich damit nicht auseinandersetzen möchten? Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich zu Konsequenzen führt, wie das gute Leute gehen, dass sich Leistungsträger nicht mehr wohlfühlen im Unternehmen oder dass es eben zu Problemen mit Stakeholdern, Kunden, Investoren kommt? Da haben Sie recht. Wobei die Organisation eines Unternehmens hält recht viel aus. Also Sie haben häufig Unternehmen, von denen Sie sagen, mein Gott, die sind noch total dysfunktional, wenn man ihre Organisationen anschaut. Aber trotzdem schaffen sie es noch, sich am Markt zu behaupten, Dinge zu produzieren, Geld zu verdienen. Aber man sieht sofort, dass eigentlich der Preis dafür ein sehr hoher ist. Und der schlägt sich dann, wie Sie sagen, eben im Personal nieder, in der Art der Mitarbeiter, die das noch ertragen mögen oder nicht ertragen mögen. Ja, auf jeden Fall. Also allerdings ein zu spät würde ich sagen, die Organisation ist normalerweise so robust, dass sie eben auch mit solchen Dysfunktionalitäten noch irgendwie über die Runden kommt. Aber der Preis dafür, den zahlen dann alle. Ja, ich denke auch, also ich meine, eine Firma, die am Markt ist und Geld verdient, auch mit allen Schwierigkeiten, die hat ja noch keine Existenzangst. So weit geht es ja da nicht. Aber spätestens, wenn man in einem Wachstumsprozess ist, wenn man einfach stärker wachsen will, wenn Kundenanfragen kommen, die man plötzlich nicht mehr beantworten kann, weil es einfach nicht organisierbar ist, an der Stelle muss man dann spätestens eingreifen. Das heißt, man behindert sich selbst bei dem Weiterentwickeln, wenn man da keine anständigen Strukturen hat. Und hinsichtlich der Investoren haben Sie natürlich einen Punkt angesprochen. Vertrauen ist ziemlich schnell zerstört und Vertrauen aufzubauen in die Fähigkeiten sozusagen auf Seiten der Investoren. Das ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Und irgendwann fangen die Investoren dann eben auch nachzufragen nach, sag ich mal, Organisationsfähigkeiten und nicht nur nach sozusagen nach Marktpotenzialen oder nach technischem Know-how. Und da muss man dann sozusagen sprechfähig sein. Und wenn man das nicht ist, dann hat man schwer und zerstört Vertrauen. Auch wenn Sie gerade gesagt haben, wenn alles zu rund läuft, sollte man auch aufpassen. Aber ich denke mal, das Hauptproblem ist eher dann, wenn es eben nicht ganz rund läuft, wenn man merkt, man kommt einfach nicht mehr so weit, wie man gerne hätte, würde. Wenn Kunden nicht mehr zufrieden sind, wenn Investoren nicht mehr zufrieden sind und man so nicht so richtig weiß, woran es liegt, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob die Organisation dort helfen kann. Als Verband, der eben die Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen im Blick hat, ist das dann ein Thema, was wir auf jeden Fall weiter betrachten werden, Thomas. Und wo gibt es da jetzt für Unternehmen, die sich da ein bisschen wiedererkannt haben? Die sagen, ja, das eine oder andere ist bei uns auch so. Und ich glaube, ich würde da auch gerne mal einen konkreteren Blick drauf werfen. Wo gibt es da Möglichkeiten? Ja, also wir haben gerade in diesem Jahr einen Schwerpunkt oder ein neues Services eingeleitet und angefangen. Wir nennen das Business Growth Solutions, also Lösungen für das Wachstum. Und da werden wir einige Veranstaltungen machen. Und da kann dann ein Unternehmen wie Metaplan natürlich sehr stark helfen. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht bei dem, was Sie ansprachen zur Veranstaltung, wäre es uns natürlich sehr lieb oder wäre es durchaus möglich, man würde schon sozusagen mit konkreten ersten Fragestellungen, Problemen daran teilnehmen. Und ich bin mir sicher, dass man da schon eine ganze Menge mitnehmen kann an Lösungen, die man mal bei sich zu Hause im Unternehmen ausprobieren kann. Zumindest, glaube ich, können wir da versprechen, dass man einen ganz frischen Blick auf die eigene Organisation kriegt und sicher auch viele Ansätze mitnimmt, da mal anders drauf zu schauen. Ja, also wer da schon konkrete Fragen hat, sollte das im Vorfeld sicherlich schon mal kommunizieren, dass wir uns da zusammen drauf vorbereiten können und das schon mal wirklich konkret diskutieren können. Aber wer einfach nur mal hören will, ob es vielleicht bei ihm ein Problem sein könnte, weil er vor einem großen Wachstumsschub zum Beispiel steht, ist natürlich auch sehr gerne eingeladen, sich das generell mal anzuhören. Ja, wunderbar. Also Unternehmen, die sich da jetzt wiedererkannt haben oder auch noch nicht wiedererkannt haben, gerne informieren, gerne beim Workshop dann dabei sein im Mai, aber ansonsten auch gerne Metaplan oder IFAM kontaktieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei den beiden Gästen heute im Podcast. Danke an Frank Ibold von Metaplan. Danke an Thomas Dietrich von IFAM. Und ja, ich hoffe... Und danke an dich, Mona, für die Moderation und die Fragen. Ich hoffe, wir hören uns dann in einer der weiteren Folgen. Hier, wenn es wieder um Organisations-, Business- und Technologiethemen geht. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Der IFAM-Podcast wird produziert vom IFAM-Fachverband für Mikrotechnik. Informationen zu neuen Folgen, Hightech-News aus Mikro- und Nanotechnik sowie die Möglichkeit, unseren Podcast im Rahmen des Newsletters zu abonnieren, gibt es unter www.ifam.de. und dann bei uns im Rahmen des Newsletters zu abonnieren, Vielen Dank.